. Hallo zusammen! Hallo, Ubi! Jetzt habe ich eine schöne Töpfle durchgemacht. Die gerade von Frauenfeld herkommen, vom Ofakult, die für uns ein Töpfle-Treffen gleich Flyer holen. So, das geben sie euch. Aber zuerst nehmen wir uns noch ein kleben Bier. Hallo, Hubert. Schön. Hier hast du sie. Wunderschöne! Ich hatte keine Pannen. Nein, ich hatte ein wenig Durst. Ich habe mir mehr getrunken als Töpfle. Zumal zusammen, oder? Prost! Komm her! So, Hubi, wir haben ja heute 5-jährige Junge wie Eustöpfchen getrefft. Könntest du uns nicht einspielen? Könntest du ihm nicht einmal nur den Handorgeln rum? Wir haben eins hier, aber wir können einspielen. Also komm, gib mir das hin! Wir machen den hin! Wunderbar! Endlich kommt der Schrumpfbautchen ein bisschen Bewegung über. Ja! Juhu! Bravo! Lukas, bring uns eben hier!